Ich war ein bisschen traurig, dass jetzt Winterpause kam, weil ich eigentlich die letzten Spiele vor der Pause richtig gut drin war. Aber ich glaube, dass wir als Mannschaft richtig gut zusammengefunden haben und wir dann auch die Stärken und Schwächen von ihrem Einzelnen erkannt haben und uns da besser zusammengefunden haben. Für mich persönlich ist es dann noch besser. Ich denke, gute Leistung gebracht hat und kam. Er hat um einen viel zu gut im Gegenteil interessiert und man hat wirklich viel zu tun. Allgemein eine gute Rolle spielen, glaube ich, in der Liga, was auch ein Veranspruch sein muss. Dass wir schnellstmöglich mit dem Abschied nichts mehr zu tun haben und das Liga spielen können. Das war die Meisterschaft in der regionalen Liga. Das war so gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.